ja die jungen Leute und man hat sie können in seiner weiteren Aufnahme und bei uns bloßes von wie es heute mal wieder so richtig so beckte den Mütz mäßig die Standortlassen der Zermis zusammen Markus L da war er ist er von entwickler und mal wieder bei mir nicht alles auf standard gesetzt man ist sich behindert gewesen aber manchmal wenn man sich neu einloggt das ist wieder richtig ja aber noch mal einloggen und eh eh und eh jetzt zeigen wir alle neue Fähigkeiten ja schön das geht mit dem scheißdreck ich habe gemacht einen Baum aus Bohnen oh da kommt der Schnapper direkt auf mich zu der tötet mich er hat noch 13 Prozent so ein Luker ein richtiger Luker warum haben wir eigentlich nur Sturmsoldaten zum Glück bin ich jetzt Ingi und stelle meinen Teleporter auf wir haben ein ganzes Team nur Sturmsoldaten alter ist das auch nicht ist auch ziemlich mies irgendwie nur Sturmsoldaten Ohlter er hat es schon wie sie eigentlich und ein Ingi und ein Ingi das ist anders 100 Menschen im Arsch stecken ist auch ziemlich unangenehm ja das ist wahr ah das ist eine Karte für Miene ich hab sie gesehen kein Wunder ich mal was sehe alter mach sie kaputt hab ich doch alter ich hab sie gesehen aber wird das beigelaufen ja das ist mir auch mal was passiert auch mal alles klar ich sehe so eine Miene ich sehe es nicht so alter ist aber nur fail ich werde jetzt mal meine Weihnachtsbremäne los ich gebe dir Deckung aber er hat es wird nicht mehr er hat er voll er hat kann ich hier nicht machen nein mein Zombie auch nicht in das Dachelgraut oh, leben was, er verreckt trotzdem okay Ingi, Alter ja ich auch ja schön aufs Weißer der Betonwerte in die er ist das so ich werde in der Betonwerte gehen z.B. auf den Stadler drüben ein Hot Rod ziemlich heiße Angelegenheit Zack Megafone Meldwetscher gekillt hier oder hat das ein Graut gelegt aber sein Graut bringt ihn nicht weil ich den Graut überlegte oder um weinten Schuhen es aber keiner sein Dumm schon verreckt na, zum Gekamilzen Teleporter noch keiner nee, der Stadler bräuchte aber keiner verreckt ja, aber noch keiner ist gekriegt das ist ich denke jetzt, wenn sie uns zerstört haben yeah, kill oh, voll alle oh, voll alle nur meine Garten an er weiß, dass er den Garten einnimmt Alter oh, ich hab mal vier Mann vier Mann mehr die Dumm schlum diesmal jemanden erwischt ne vier Mann mehr, Alter ja, deswegen laufen wir so gechillt mit Dauer dreimal durch oh, so Breobol von welchen sich sehen und noch mal eine oh, bullshit oh, nicht mehr durch pfff giftebswerber yes jetzt kann man es mit dir ein Pro-Klassenalter ja richtig geskillt, weißt du ja ja ein OP ich sage mal nichts er halt bei die Fresse sehe ich auch so dahin müssen Sonnenblumen machen wir die keiner töten ja das kannst du aber Foto sagen ja, das kann man sich versorgen soll sag ich schieß ein Schuss auf die Sonnenblumen siehst tot und ich sag ich schieß ein Schuss auf den Schnapper und ich ist tot hier das muss man sich die Fresse hier hab ich mich wieder hart penetriert ja, ich hab die Auflage das ist der Unterschied what the, no, geil ich hab mich grad nette wählen von so'n Scheiß äh, schnappern ja, ich bin so der, dass ich gleich in die Forder hätte ja, kann ich mich auch wieder blieben mit Pisser nicht, richtig Lieg der wo ist da genau, wo du bist aaa aah... Zukunftskarte uncool richtig uncool ein blitzesなんだ ah leih ahle auch noch ne Zukunftskarte nicht besser und jetzt hab das so Gifterbswerfer und so will sterben äh... jetzt habe ich wollte hier ab ist wie es gar nicht gewartet weil ich so mein Gott er habe Teleport eingestellt ich stolz der Einke und dann los so wissenschaftler jetzt 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 geht's los so bist du gestorben Teleporter er schuldig der bliech er ist da müsste hätte er ist daher er hat das guten Alter er hat schon mal der Profis anhand da sei die ist echt hinter dir er wieder ein Wettbewerb Profi auch hin wie auf den Kopf er hat er richtig er ist so gut so ich schnauere so wenn sie dich fressen als der KD es wird es doch absehlt er oder vor der Falle auch was mich wiederholt ich habe ich nicht gewollt wenn ich überlebt du wurdest hätten sie sich die Leute in die Gäste ja wir haben jetzt bin ich ein All-Star mit geilen Haaren richtig geil aus Haar aus oh hier ist ein Bambuswurmel jetzt bleibt man vielleicht besitigt Aua hat die mit Damage gemacht diese Bambuswurmel die ist gefährlich ey diese Scheiß Gifterbsen ne die fackt ein so ab ja wo piece und was noch er hat zumindest dabei wichtig wir einen oben noch weggefetzt den hier irgendwo aus der Luft geschossen what the oh nein noch 7 HP alter what the no wo soll da kommt schon Teleport Teleport Prozent 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 was verkackt oder was halbieren Wörter aber das ist bitte Alter mit die da für mich jetzt die ganzen beschissen jetzt überlegen denn hier sagt er hat sich er hat er weiß nicht und jetzt kann man das Wort halten der Heidelberg wieder tot dazu ist eine Weg geholt wenn mich schon wieder der Stelle Gott wird hier gejagten Adolf Barth Welt er hat die Dauer überladen St schreibt bei die Entwickler doch sie bitte ein Adolf Barth er hat alles fahrt das heißt ja nicht dass ich den alle meine er hat er wollte genau ich zerstört drei kartoffeln wieder und da liegt noch eine vierte ich glaube ich hätte heiße weiter und ich bin bei sporen kann ich mich holen und das ist da die weg die weg er ist die weg ich kann nicht die becken darum habe ich einfach die becker sagt weil mein Arsch hinten rausschaut er ist die becker der ich will jetzt woanders jungen eigentlich ist das direkt da er bei dir ich bin ich hier bei dir aber ich bin er hat bei dir lag ich halt woanders wo bei mir seit zum back alter warum ich die ganze zeit mit kugeln das wort das funktioniert doch gar nicht aber ich werde du hast entschieden er will er kann hat eine europäische die führte nicht er wird nichts doch wird was siehst du dass ich die dekker gegeben haben wenn ich da der gehe ist weiter der 1 und abwünschen vor die jahre und das heißt auch probiert dass das auch hey es war bei mir soll ich ziehe in den krieg mit droh der wars mitten auf der straße wo dich einfach jeder wegsneiden kann alter kann wirklich weil ich decke mich von der straße aus zack und ich wurde geflasst ja was ist so ein schnapp und plötzlich kommt alter und dann tot ja ich auch ja ich nicht habe getötet also das hat die andere hat mich gerecht ich habe dich gerecht ja auch ich weiß für die wissenschaftler kann ich sofort sei davor dass ich verweckt ich bin der zweite ich bin besser wie du es beschädigt weil mich welche waschen weihnachtswälder hier supportos ich habe die arsch gerettet er sucht sind die Lärmgraderte nicht und dann hole ich dich aus dem Schnapper raus nicht geil wieder der Schnapper und ich habe mich wieder weggeholt jetzt erst mache ich wie wenn stück hier aber aufträgt dich doch gibt erbte äh nehmt ihn auch noch vergift erbte gibt es scheiße wusstet ihr das du bleibst geholt wo liegst du ich bin gleich tot bald gibt es gar nicht mehr werden ja nee dafür nicht tot es ist mehr gerne in der straße oder ade das andere ich bin jetzt gespurt mit gespurt hat die drei wiederbelebt bei der Zeit hat er auf mich zu warten zukunftsalter da er er noch in die Stapel diese bohrt aber die echte Stapel für das und wer das ist so viele Stapel habe eigentlich dürfte man nicht so viele Stapel haben oder man müsste alle Schnappe spielen das auch mies heuer zu woher steht etwas oder eben gehabt und überkram sich über der Reiter fest es geht er war der Fall ist ihr wisst mal die Gabbelreiter erheblich gesehen und prüfen er geht er nicht in den Tausendienst Schnappergammelalter doch du wirst nicht ganz die Gipi Kärin vorbeistet ungefähr so da da haus zu denen hier das ist ein Bum oder mögliche Scheißneider mit dem Feuer die da der Kelle da warst du hier hat es sagt um was er dort hinter mir war eine gifte hier war ich wieder alleine die garten reingehen ja ich bin ein bisschen weiter rach aus dem grab alter ich war dabei auch bei diesen garten ja du hast nicht mehr die garten geschafft ich glaube kein wort ich war im garten alter aber ich würde dann gekillt von flammen schon einer ist drin zwei sind drin einer ist drin kann schon smog 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 13 drin mein smog ist da oben gelandet das nicht gut 3 2 1 0 ich bin drinnen und ich hab noch vierfach kill mit der rakete gemacht ich will weiterspielen ich hab vierfach kill gemacht sagt der burger links an der karte unten links ach komm die rakete war so schön sie wäre schon gewesen du hast das nur so gehört so hä wir haben rabatt auf päckchen ja wir haben rechte rabatt habe ich auch gerade gesehen dafür gibt es glitzerpäckchen und zur feier des tages weil sie so billig sind jetzt noch ein glitzerpäckchen und damit leute würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal servus und tschau